hallo ist martin von mann mann kies dass die dax analyse für nun donnerstag den 21 10 2021 und unser dax hat sich hier die holle ein wenig gespitzt zum mittwoch liegt aber eher faul rum also da kann man konnte man nicht viel motivation aufnehmen wobei wir sagen müssen also so fang ich an mit dem was man gestern gesprochen hatten wir eigentlich gesagt müsste ich jetzt eine zeiteinheit runter scheiß eine zeiteinheit runter müssen haben wir eigentlich gesagt dass es passen würde wenn er jetzt von hier aus der flagge raus noch mal unten auf die für 15 das war ja eigentlich die analyse unter 460 sollte nochmals auf 415 so dass war teil 1 der analyse wenn er dann runter geht sollte sich sollte war es hier ganz wichtig wie verhält dass ich hier dreht dass ich hier wieder nur nach oben wäre das polit zu werden dann wäre das eine flagge aus der oben raus lösen könnte um in eine neue auftriebswelle rein zu gehen die hier ist sollte oben rausgehen über 55 560 war dann gesagt dass er 5 95 670 und 87 erreichen kann so was haben wir gesehen nix er hat oben an der 65 gekratzt hat unten an der 64 gekratzt einfach zwischendurch geschlagen und dann hat er neun uhr eine katze gestellt die in der spanne den ganzen tag nicht mehr überboten wurde also weder ist er drüber noch also drunter das heißt wir stecken hier einfach fest im seitwärts und da ist der punkt es ist tatsächlich bullig zu werden das muss man so sagen der dax steckt hier fest der dax verklemmt hier und dadurch wird es eine flagge er kommt unten raus nicht schnell genug raus und das erhöht rein aus technischer analyse sicht die chancen auf der oberseite nun ist es aber so und bitte hört genau zu weil das ist immer so der punkt wo viele von den zuhörern mit dem kopf nicht mehr weiter zuhören und nicht mehr wahrnehmen was gesagt wird die hören okay wahrscheinlichkeit oben steigt das heißt ich muss jetzt da long handeln und wenn ich auf die fresse kriege dann haue ich böse kommentare zu martin wird der ist dann dran schuld nein halt na also wir müssen schon aus gucken dass der dax und tatsächlich auch das go gibt und das wird zum donnerstag besonders tricky weil donnerstage gerne hin und her schlagen so gerne hin und her schlagen gibt es immer so zwei punkte an denen man das ableiten kann und zwischen den zwei punkten er dann hin und her springt wir haben keine punkte die wir hier ran ziehen können man kann sagen die 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 450 460 und unten die 460 das sind die punkte zwischen denen her springen kann aber wenn der dax eine kleine range hat macht er oft fehlausbrüche zum donnerstag halt wirklich also sowas wie mal kurz oben drüber gucken unten drunter gucken und dann wieder in der mitte das passt auf den donnerstag das heißt da muss man schon ein bisschen aufpassen das risiko absichern dass es nicht ist es nicht ganz so dass man jetzt hier sagen kann okay ist am dienst ist jetzt am mittwoch nicht gefallen ich gehe jetzt hier alle lang wie ich gestern ja nein lol oder wie heißt ich glaube doch so so war das oder namen unter youtube kommentare drunter geklatscht hat naja also ich meine ihr könnt das kann man dann fällt in der regel der markt richtig brutal schnell wenn alle hier alle langs reinklopfen das ist immer so wenn man überhörte positionen gehebelt irgendwo rein gibt der markt du machst man die andere richtung das ist so ein psycho ding das kann der markt ganz gut die leute dahingehend provozieren und in das falsche pferd locken aber punkt wir machen mal einen punkt und sagen einfach okay wir betrachten das jetzt mal so wie es ist egal ob dreieck flacke was auch immer geht der dax über 5 60 raus stundenschluss wird sich schon sehen wollen hat da potenzial das gäbe zu schließen hat er das gibt zu und bleibt über 600 hat da das potenzial bis 670 weiter zu steigen hat er das erreicht hatte das potenzial weiter bis 87 zu steigen das sind die punkte die erholen kann wenn er sich zum donnerstag oben rauslegt und dann kann er übertreiben das heißt wenn wir eine schöne grüne stundenkerze kriegen dann kann da auch noch 1 2 3 4 dahinter kommen das ist einfach so aber man muss donnerstags immer stops eng nachziehen sichern positionen sichern weil wir oft in ähnlichen situationen auch so was haben dass er sich einfach raus stellt dann kommt eine erste rote stundenkerze und die rasiert komplett einmal durch die komplette range durch schließt dann einmal per stundenkerze unten drunter sind alle total short auf geil auf short dann kommt die grüne stundenkerze rein und er schiebt sich wieder in die mitte sowas sehen wir auch von donnerstag ja das heißt idealerweise schon etwas ruhe mit sich mitnehmen dass man sagt okay man guckt sich vielleicht auf h1 an nimmt vielleicht ein bisschen die positionsgröße runter damit man auch so eine stunde eine position aussitzen kann nur dass das wäre jetzt so was wo ich sagen würde dass das würde ich mit hinzuziehen oder wie würde ich jetzt mit dem donnerstag umgehen und man sollte einfach wenn man merkt man hat einen schönen long und der markt fängt an einer gewissen stelle an rote stundenkerzen zu werfen man muss reagieren naja die meisten reagieren nicht stehen dann irgendwo haben wir vielleicht einen schönen long am morgen gestartet bei 5 30 dann steht der markt ich sag's jetzt mal rein fiktiv es muss nicht so kommen steht der markt bei 6 30 und auf einmal wird eine rote kerze gestellt die schließt dann aber bei 5 80 und dann sagen die sich naja 5 80 will ich jetzt eigentlich nicht schließen das sind ja bloß 50 punkte ich hatte vorhin schon mal 100 nee den trade mache ich jetzt nicht zu dem bereich jetzt nicht ab und dann kommt die nächste rote kerze dann steht man plötzlich am einstand dann sagt man sich oh gott nee jetzt hatte ich auf einstand gesichert oh da schiebe ich doch lieber den stopp hin da wo ich vorher hatte dann ist der stopp bei 4 30 kommt die nächste rote stundenkerze und steht hier unten bei 4 30 haut einen raus na also das sind so typisch donnerstag und von daher da muss man schon ein bisschen aufpassen dass man und dass man einfach die positionsgrößen die stopp schönst mitzieht na also zum donnerstag da ist nicht unbedingt aussitzen angesagt außer man steht wirklich in der mitte aber das sind tage die haben im hin und her knall die haben aber auch in trendrichtung knall das heißt die die müssen auch nicht zurückkommen na das heißt geht er raus der kann vier fünf stunden solange wieder keine fetten roten stundenkerzen reinkommen kann der durchlaufen andersrum natürlich genauso kann auch unten rauslaufen solange keine grünen stundenkerzen kommt kann er laufen 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 und deswegen sag ich schon mal ein guckt ein bisschen auf die stundenkerzen damit man diese gewalt den donnerstag oft mit sich bringt weil es meist der voluminöste handeltag der woche wird wenn dass man diese gewalt einfach ein bisschen zügelt na also das möchte einfach so als vorbereitung bis mit geben ja und ich sag mal bleibt da zwischen 5 60 und 4 60 dann einfach dann geht es zur seite und wenn wir 20 mal 4 60 und 550 abarbeiten immer wieder hin und her hin und her hin und her solange der dazwischen bleibt ist er dazwischen das nützt nichts aber grundsätzlich ist richtig es hat sich ein bisschen die tendenz jetzt erhöht nach oben haben auch gestern so gesagt dadurch dass er eben nicht gefallen ist und schnell genug fällt muss aber eben auch so ein bisschen muss ich schon sagen hat es ja oben probiert der war ja an der 5 60 warum hat das geld nicht zugemacht warum haben sie wieder verkauft runter bis auf 4 60 verkauft das ist schon aber jetzt eben ordentlich weiter gekommen ist nicht unter 460 weiter gekommen klemmt ihr jetzt einfach hier so dazwischen auch im tageschart ihr seht das hier klemmt zwischen abwärtstrend und horizontale unterstützung hier bei 460 rum da ist jetzt nichts passiert ja und von daher kann man nur gucken auf den ausbruch wie gesagt habt ein bisschen dieses dieses kräftige im sinn das sind donnerstag wirklich durchziehen kann aber dass man eben auch diese flexibilität drin haben muss weil das macht er zu oft einfach um es zu ignorieren also wenn er durch zieht zieht er durch aber wenn eine umkehr kommt dann zieht er halt auch eine umkehr durch und manchmal halt auch auf der anderen seite bis zur kotz schwelle bis wirklich alle stehen und raus springen und da muss man das einfach ein bisschen aufpassen ich denke ich denke mal wenn man sich hier zwischen 6 70 und 4 15 in der erwartete handels oder sag mal 400 zwischen 15 400 und 15 6 70 in der erwartete handelsspanne für den donnerstag gedanklich festlegt ist man erst mal gut drauf vorbereitet aber so viel wo es jetzt tatsächlich dann überhaupt rein bringt das muss ich zeigen bleibt er einfach nur zwischen 5 50 und 4 60 seitwärts dann hat man da auch nicht viel handlungsspielraum außer vielleicht mit irgendwelchen oszillatoren dann rum zu schrubbern und sich da ein paar punkte zu kratzen das kann man ja tun aber ja das sind die wichtigen marken das sind die wichtigen bereiche und die 4 15 400 ist wichtig weiterhin die 2 70 ist super interessante rücklaufmarke würde ich gerne noch sehen aber dazu muss er die 4 60 killen und dann auch die 400 killen also die sieht so lecker aus momentan die ich würde sie schon gerne noch sehen aber wie gesagt 4 60 killen 400 killen dann können wir weiterreden das muss erst mal kaum halten muss erst mal durch die 4 60 kommt da stellt sich an wie so ein trottel momentan und oben ist halt die 55 55 65 geht die nach oben auf haben wir die 5 95 das gäbe los und dann eben 670 und auch 87 auf der flinte ja punkt fertig aus wird ein spannender handelstag richtig schön abstecken kann man nicht man kann sich nur darauf vorbereiten auf diese typischen bewegungs abläufe die einfach zum donnerstag bringt und manchmal hat man davon auch schon viel gekonnt auch wenn man nicht von früh weiß ob man jetzt long oder short handeln soll man merkt es dann schon der gibt einem das am donnerstag sehr genau und sehr klar oft auch vor ne spricht in der regel eigentlich donnerstags immer eine schöne klare chartssprache einfach weil genug wurms drin ist muss nicht rumeiern gut hoffe man dass auch genug wo es kommt und nicht einfach stecken bleibt und dann würde ich sagen drücke ich euch die daumen wünsche euch viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss